Das Gleichnis der zehn Brautjungfern, ein Gleichnis über das Reich der Himmel, das ist der Bereich auf der Erde, an dem ein christliches Bekenntnis vorliegt, wo die Menschen sich grundsätzlich zu Christus bekennen. Das Gleichnis hat nichts mit der Allegorie zu tun, dass die Ekklesia, die Gemeinde Gottes, die Braut Christi ist, das ist ein völlig anderes Bild. Die zehn Brautjungfern haben alle eine Öllampe und warten auf den Bräutigam, sie wollen den Bräutigam begegnen, sie warten auf die Erscheinung des Bräutigams. Der Bräutigam repräsentiert Jesus Christus, die zehn Brautjungfern repräsentieren die Christenheit an sich. Die Christenheit läuft auf ein zukünftiges Ereignis zu, an dem Christus erscheint und in der Christenheit ist grundsätzlich ein christliches Bekenntnis, dafür sprechen die Öllampen. Die Gruppe zahlt sich auf in zwei Gruppen, da gibt es die klugen Brautjungfern, die fünf, die haben Öl für ihre Lampen dabei und die Törichten, die Dummen, die haben kein Öl für ihre Lampen. Das heißt, die Christenheit teilt sich auf in zwei Gruppen, da gibt es echte wiedergeborene Christen, die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, die ihn innewohnend haben, dafür spricht das Öl. Und es gibt eine zweite Gruppe, die haben zwar Lampen, ein Bekenntnis, aber kein Öl. Sie haben den Heiligen Geist nicht innewohnen, sie sind nicht wiedergeboren. Ihr Docht brennt kurz, aber sie haben kein Öl, sie haben nicht den Heiligen Geist. Diese zehn Brautjungfern warten auf den Bräutigam, diese Wartezeit teilt sich auf in drei Phasen. Die erste Phase, da sind sie aktiv und gehen ihm entgegen, das entspricht der frühen Christenheit bis zum dritten Jahrhundert. Die zweite Phase, da schlafen alle ein, alle zehn, das entspricht der gesamten Christenheit bis zum 18., 19. Jahrhundert, der großen Zeit des Niedergangs der Christenheit und dann ertönt der Mitternachtsruf. Das ist die Endphase, kurz bevor der Bräutigam erscheint. Das sind die Tage heute und da schrecken alle zehn Brautjungfern auf und die Klugen schmücken ihre Lampen, sie zünden sie an und gehen dem Bräutigam entgegen und werden ihn tatsächlich antreffen. Die Dummen erkennen, dass sie kein Öl haben. Sie sind nicht wiedergeboren, sie erkennen, dass sie kein Öl haben. Sie sind nicht ausgestattet und bereit, um Christus anzutreffen. Sie sind da beschäftigt mit anderen Dingen, aber sie gehen Christus nicht entgegen. Die zehn, die fünf Klugen treffen den Bräutigam an und haben Begegnung und Gemeinschaft mit ihm. Das sind die wiedergeborenen Christen, die gerettet sind und die zehn Dummen gehen verloren. Sie werden ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Christus. Das sind die Namenschristen, die kein, kein echtes Leben aus Gott haben. Sie sind ausgeschlossen und Christus kennt sie nicht. Das ist das Gleichnis. Ein Gleichnis über die Christenheit, die sich aufteilt in zwei Gruppen. Echte, wiedergeborene Christen und Namenschristen, die zwar ein Bekenntnis haben, aber kein echtes ewiges Leben von Gott. Und das ist das Gleichnis. und